Drei Dinge, die wichtig sind. Wichtig Es ist wichtig, die eigene Arbeit regelmäßig zu überprüfen, um Fehler zu vermeiden. Es ist wichtig, die eigene Arbeit regelmäßig zu überprüfen, um Fehler zu vermeiden. Die regelmäßige Überprüfung der eigenen Arbeit hilft, die Qualität zu verbessern und Fehler zu minimieren. Eine gesunde Work-Life-Balance ist wichtig, um langfristig leistungsfähig zu bleiben. Eine gesunde Work-Life-Balance ist wichtig, um langfristig leistungsfähig zu bleiben. Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit fördert die Gesundheit und steigert die Produktivität. Es ist wichtig, rechtzeitig mit der Altersvorsorge zu beginnen. Es ist wichtig, rechtzeitig mit der Altersvorsorge zu beginnen. Frühzeitiges Sparen für das Alter schafft finanzielle Sicherheit und beugt Engpässen vor. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.